Diese Mission scheint sich zu ziehen. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht weil sie ein wenig sinnlos in meinen Augen irgendwie erscheint. Oh, wir haben wieder ein bisschen Mund. So, jetzt aber. Auf, da ist niemand mehr. Wir können. Gut. Endlich. Ich hoffe, ihr hört die Sirenen. Ich hoffe, man hört sie. Ah, ein Scharfschützenteam. Zwei Leute. Scharfschützenteam. Schön, dass ihr Jungs es geschafft habt. Wir geben euch Scharfschützendeckung, sobald ihr innerhalb der... Was denn jetzt ist das? Oh, ja. Okay. Zwei Raketen. Oh. Gut. Wir arbeiten daran, die Abrufcodes von den Russen zu bekommen. Ende. Wir. Was ist denn? Gut. Das war spannend. Und wir sind ja immer noch in einer Joint Operation. Tja. Ja, da fliegen sie. Die Raketen. Aha. Was ist denn? Boah. Oh. Viel. Sechs nukleare Sprengköpfe, so wie ich das sehe. Oh. Bisschen viel. Boston, Hartford, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington. 41 Millionen. Ein bisschen viel, ja. Hier schneide ich mal wieder kurz. So. Kurze Ladezeit rausgeschnitten. Ja, das mache ich ab sofort jetzt. Habe ich sogar schon. Ja, habe ich davor schon gemacht. So, jetzt müssen wir, jetzt sind wir praktisch direkt vor der Anlage, jetzt müssen wir hier eindringen. Tja. Das hört sich leichter an, als es eigentlich ist. Hier sind ziemlich viele Truppen. Ah, das war meiner. Oh ja, jetzt dürfen wir den Panzer erledigen, obwohl wir kein Raketenwerfer haben. Müssen wir das wohl mit C4 machen. Das ist eine ganz lustige Angelegenheit, denn erstmal müssen wir die ganze Gegend mit rauffüllen, damit der Panzer uns nicht sieht. Auf Wiedersehen. So, und los. Ich werde euch noch nicht mehr schreien. Verdammt, wo kam der jetzt her? Der hat mir jetzt aber gar nicht gefallen. Ja, hier darf man nichts zu beschließen. Ich glaube, hier gibt es noch irgendwo Raketenwerfer. Ich weiß nicht. Ah, okay. Damit hat sich das eigentlich erledigt. Okay, machen wir es so. Okay, es wäre trotzdem nett, wenn der Panzer stehen bleiben würde. Nein, da sollte er nicht stehen bleiben. Ach, komm, das gibt es ja gar nicht. Ja, gut, dann... Wer schießt hier? Weg hier, weg hier. So, das war's. Gut. Dann können wir jetzt... Nein! Schlecht. Wo war'n das versteckt? Das war doch hier irgendwo. Da. Das muss ich wieder mitnehmen. Ähm... Okay, hier wär... Nehmen wir die mit. Dafür scheint hier genug Munition rumzulegen. Wir brauchen mehr Bono und der Schlittung, Sir. Wir brauchen mehr Bono und der Schlittung, Sir. Das haben wir schon einen ED-Kricks. Ja, das ist eine der unspektakulärsten Missionen, bis auf den Raketenstart. Der ist ganz nett. Nachladen, mach schnell, lad schneller nach. Ah. Ach. 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 Ah, los. Okay, besonders weit werfen kann er jedenfalls nicht. Autsch. Äh, habe ich mich schon geduckt oder was? Egal. Okay, das gefällt mir gar nicht. So. Gut, cool, dann haben wir den Abschnitt auch schon geschafft. Das geht jetzt recht schnell. So, gut. Ja. Da wären dann mal wieder ein paar Panzer. Ja. Wo? Da. Wo fliegt diese blöde Rakete hin? Ach, komm. Ah, ah. Das, das, ah, ah. Es wird lächerlich. Ja, komm, machen wir es mit C4. Klappt sowieso besser. Fährst drauf. Ich will das jetzt hinkriegen. Wir müssen die DEPs ausschalten. Er ist immer noch intact. Das Ganze nochmal. Ja, das geht bloß leider nicht. Oder hat es ja noch einen drin? Nein. So, der erste wäre erledigt. Ja, mit C4 geht das Ganze einfach ein wenig schneller. Lauf, 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 lauf. Das sind übrigens Raketenabschusslöcher. Ja, wo ist der? Ach, da. Okay. Braucht Granate. Gegner. Okay, da öffnen sich weitere Lupen. Nein, 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 nein. Die sehen mich. Das wird nichts. Lupen, der bleibt da stehen. Und los. Ja, ja, ja. Was? Warum hilft mir hier niemand? Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal.